Ich bin schon schon verlassen, nochmal speiern. Brr, wonach liegt's denn hier? Ganz nett, aber... Ausdauern. Ja, ist schon ganz gut. Ich glaube, es ellert aber gar keiner drin. Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Können wir ja mal so großzügig sein. Kann ich's nicht starten, oder? Und den werden mir ja auch noch gut geholfen. Oh, ich will da nicht überspringen. Die Böse? Ist das jetzt gerade egal? Keiner mehr der Böse, oder? Kommt euch das hier mal an, ist vielleicht... Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Feuer, Rast, Knie, Weg. Hast du Unsichtbarkeit oder Körpermagie, gm? Äh, Körpermagie, Großmeister, ne. Körper, Großmeister hab ich noch nicht. Unsichtbarkeit hab ich auch noch nicht. Wusste auch gar nicht, dass es den gibt. Ich wäre ein Unsichtbar, dass ich... Also, dass ich ihn einfach hier durchrennen könnte. Ganz nett. Wem soll das denn nützen? Wem soll das ganz nett? Aber ohne es. Durchsicht auch gar nicht so schlecht, ne. Aber halt keiner, der mit Deutschland nicht kauft. Wolling, was ist denn genau? Äh, Unsichtbarkeit, ist das denn Luft? Oder... Oder wer macht das? Oder Sehne? Oder... Muss ich jetzt gar nicht so anheben? Das bin ich mal durch hier. Lass das, wenn man jetzt sich Papi macht. Auch kein Problem. Oh. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh. Oh. Aber der Kurs ist ja gar nicht mal sooo schwach jetzt. Jetzt sollte ich doch mal auf Dark anfangen. Oh die Kerze. Aber den Schaden fügen wir jetzt auch nicht zu. Der Tunnel ist hier weniger das Problem, aber der Abschnitt vom Tundafiss Mountain durch den Musk kann wehtun. Unsichtbarkeit ist Luftmeister. Ah, ich habe aber auch noch gar keinen, der Luftmeister ist. Das kann äh mein Kampfmagier noch gar nicht. Der muss noch eine Stufe aufsteigen. Kann ich das ja eh noch nicht lernen. Au. Ah, ich guck mir das dann mal an. Soll mich das jetzt beeindrucken? Vielleicht, wie das so läuft. Da. Ich muss sagen jetzt, dass ich so eine richtige Herausforderung hatte, äh, Herausforderung hatte ich hier noch nicht. Ist zwar nur ein Kratzer, ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere ich drum. Oder? Ne, oder? Ne, hab ich nicht, hab ich nicht. Ist gut. Ja, viel Glück bei der Monster-Generierung dann. Was meinst du genau mit der Monster-Generierung? Wir können hier nicht bleiben. Warum sind so viele? Äh, äh, so, wo muss ich hier längst? Da nicht, da nicht, da nicht. Heimtüren müsste ich ja eigentlich auch entdecken. Da bin ich jetzt mittlerweile Meister drin, ne? Also im sechster Sinn, bin ich Meister. Ein Dach in den Decken. Ist immer noch sehr schlecht. Ach so, welche Mobs das dort spawnen. Mit den Tauren-Lords sind übel. Ja, da hab ich ja mal. Was, wo ich vielleicht dann dachte... Ah, da komm ich noch nicht weiter. Au! Ha! Daau! Au! Daau! Ich geh doch hin. Versuch's doch gar nicht erst. So, gegen zwei hab ich jetzt aber auch keinen gemacht. Macht da Feuer überhaupt Schaden? Mal drauf achten. Das war ein Nein, würde ich sagen. Zwergenanführer. Ha! Zwergenanführer, der da die ganze Zeit geschaffen wird, ist jetzt vielleicht nicht der schlauste Anführer. Sind Feuerimmugen, ja. Hab ich grad gemerkt. Leider, leider. Ich hätt vielleicht auch mal einen Wasserzauber lernen sollen. Und nicht nur Wasserwandel. Äh, ist hier ne Falle? Oder, oder was beschießt mich hier? Aber finde ich ganz gut, dass wir überall, äh, beide Truppen so gegeneinander kämpfen. Aber die sind doch jetzt nicht böse, aber wann kämpfen die denn noch gegeneinander? Wir schieben uns mal nicht ein, ne? Äh, wir müssen doch hinten irgendwo hin. Ach, steht ja keine Orientierung hier in dieser Höhle, ne? Kannst ja nicht mal, äh, Brotkrümel hier verlegen oder so. Ist nicht möglich leider. Aber auch dann wird mir das nicht viel bringen. Wüsste ich nur, ich war hier schon mal. Kommt man da vielleicht nur mit Sprung hoch oder so? Ja, eigentlich explodieren die, ne? Na, stimmt. Kannst du nur das? Au! Du kannst an der Seitenwand rauflaufen. Aber kümmere dich drum. Soll mich das jetzt beeindrucken? Okay. Aber ich mach hier den Weg nochmal frei und dann geh ich gleich nochmal zurück und versuch das nicht, ne? Jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Richtig? Oder? Ne, ich müsste jetzt woanders sein. Hä? Gar keine Orientierung. Grat. Hier oben springen. Ja. So, wo bin ich hier? Mahlzeit. Das muss ich machen, ne, Jungs? Wir machen das hier. Easy. Hop, hop. Torebo wieder anschalten. Ist zwar nur ein Arzer? Aber kümmere dich doch. Könnt mich auch gleich nochmal ein bisschen raffen, wenn wir hier ehre viel campen müssen. Nehmen wir die drei von der Tankstelle hier weg. Vier. So, wieder los. Oh, da sind wir nochmal her. Erstmal kurz hochheilen und überall Heldentum und Segen-Buff raufmachen. Aufheinde. Selb erleben. Uuuuuuund her? soll mich das ist ja auch nahkampf weg machen das gefühl ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum wie viel größer die dinge auch sind da scheiße jetzt zumindest generation drauf muss auch immer noch mal ein auch noch mal körper beibringt heilen ich weiß nicht ob der das auch kann zumindest immer noch mal hat und sie hier aber nicht zwar Aber die Magier Die hauen ja mit drauf Ja, an sich ist das schon sinnvoll, immer Regeneration auf alle zu machen Ich bin immer so faul Obwohl das ja auch echt lange hält, ne? Ja, sieben Stunden ist eigentlich Eigentlich ist es lehmlich, das nicht zu machen Stimmt schon Wollt Hab ich hier unten schon Wollt ja eigentlich mit den Schnacken Ich glaub hier unten waren wir noch nicht, ne? Jetzt gehen wir hier mal, oder? Oh, hier liegt ein paar Tanten rum Ja Oh gut Ich brauch mittlerweile jetzt gar keine Ahnung mehr, wo ich bin Hier waren wir doch hier schon mal, oder nicht? Hallo Was ist denn das für ein Kettenpanzer, der getroppt ist? Ah, der ist nicht so gut Hier oben Hier waren wir noch nicht Da krieg ich noch was Neues jetzt gleich Oder sind wir jetzt auf diesen Vorsprung irgendwie drauf gekommen? Das hat natürlich so Au Ist zwar nur ein Kratzer Auch wieder welche Äh, gehen wir mal nachkicken Ist zwar nur ein Kratzer Aber kümmere dich doch Gute ist, wir müssen die auch nicht looten, weil die haben Die lassen eh nichts fallen Ist auch weg Müssen die auch eigentlich nicht darüber Ich weiß nicht, ob man hier ins Wasser fallen sollte Hier rum Was ist hier? Kann man was trinken? Nö Schade Kleine Healbrunnen oder Mannertrunnen hätte ich jetzt ja genommen Na Gehen wir mal davon aus, nehmen das Erz Ne, es hört sich hier schon wieder nach fallen an Oder sie beschießen sich hier schon wieder Ich glaube immer, wenn sie so freuen, denken, machen sie immer einen Crit Da bin ich immer zu schnell für irgendwas zu Ah, okay, jetzt sind wir hier unten beim Wasser Und hier kommen irgendwo crazy Laderstrahlen aus Was ist hier? Einfach eine Lücke? Einfach eine Lücke? Schnell den grünen umhauen Ein Schuss noch, sag ich Yes Dann machen wir den grünen umhauen Schnell so Und Katze Down Aber die machen halt wirklich gar keinen Schaden, ne? Ach ja, aber wir haben auch Regeneration drauf Das ist halt Bitte schon sass Das ist echt okay Gerade wenn wir dann noch Doppelspeed anhaben Ähm, heilen sie sich halt so schnell hoch Ist zwar nur ein Katzer Ähm, dann müssen wir mal Helden tun Und Deswegen nach Wunderbar, ob wir jetzt eng gefallen oder was war das grüne Für ne, äh, Attacke Was von denen rein Der Schaden sind normalerweise die Explosion, keine Ahnung was da los ist Aber warum müssen wir nicht zu schlecht, glaub ich Ähm Das ist zwar nur ein Katzer Aber kümmere dich drum Vielleicht durch den, ähm Dass beim Patch irgendwas schief gegangen ist oder so Nur ein Katzer Was dadurch rausgegangen ist Ich hab ja auch nichts irgendwie Gegen Zauber so aktiv Dass das irgendwie wegmachen könnte oder so Nur ein Katzer Aber wenn die explodieren Ex- Machen sie auch nur Schaden Wenn sie in meiner Nähe sind Weil ich weiß Soll mich das jetzt beeindrucken Soll mich das jetzt beeindrucken? Weiß nicht was das ist Ganz nett Aber unnütz Plus 20 Luftresistenz und Schild Plus 20 Luftresistenz und Schild Also hab ich jetzt nochmal Resistenz gegen Schild Ich denk mal da ist nochmal 20 Schild oder sowas Ist zwar nur ein Katzer Aber kümmere dich drum Soll mich das?!? Jawoll Soll mich das hier Blauer Und noch blauer Schildzauber Jo das morgisch auch nicht doch dass da noch einer ist aber langsam projektiert die auf den träger kommen auch nicht ganz verkehrt wenn man in bewegung ist mit dem auto stelle rumsteht ich meistens das ist relativ egal soll mich das jetzt war ein alles aber ganz schön für die los jetzt gar nicht so gedacht dass es so lange hier geht wem soll das denn nützen so karas axt erhöht die effekt aller erzauber das wäre ja geil wenn sie die bekommen könnte klickt der skelett das geht es geben weil jetzt gerade so schön schwerter und so auch noch mit gelernt ist das hier so ein artefakt oder so kann das neu sein wenn er so besonderen namen hat was ballert hier denn noch so quest axt a ok ist das so eine förderungs quest für niger oder so kann das sein den schädel ne ich habe noch kein schädel den schädel nein ne ich habe kein schädel ne hätte ich den schon haben müssen ich komme halt wirklich gut durch ne die gibt es von dem skelett ah da lag noch das skelett ne oder vielleicht ist es wieder das skelett meinst du ne ja jetzt habe ich es warum ist hier so eine lücke in der nicht zu bedeuten ne ist ruide förderung muss also nicht unbedingt haben ja ich habe aber vor jetzt auch schon alle förderungspressen gemacht die habe ich doch sogar auch angenommen und ich weiß gar nicht mehr was ich da machen sollte findet die gebeine sind das die gebeine ja xp gibt es ganz gut ne und wie gesagt ich finde das eigentlich auch immer ganz interessante quest so also das alles zu machen da müssen das ja die gebeine sein oder was schädel schnell weiter aber jetzt gehe ich doch gerade falsch ich muss ja hier unten hier unten kommen abschneider und hier so längst und dann hier die geheimtür oder so ein bisschen eine geheimtür kann das sein oder ich muss halt irgendwo oben lenken radischen wasserbecken nachts da waren wir auch schon da meinst du hier wasserbecken die fläche aus dem boden nehmen meinst du meinst ein richtiges becken das war dann ja recht am anfang nein hier war das ja nicht hier ist es nicht meinst du bist du meinst du ja das am anfang ziemlich mittig auf der karte ja und mittels hier geht nichts war das jedoch irgendwo ein wasserbecken ja das wasserbecken meinst du das hier ist eine geheimtür ach nee hier geht es weiter schau mal an dass du dich hier orientieren kannst ein stück ganz nett aber unnütz wem soll das au oder wer ballert denn hier wie ein errat nur ein kerzer soll mich das jetzt beeindrucken war das schon alles sehr schön ich wollte euch gerade anschießen ne jetzt nicht mit euch gerechnet die haben auch richtig bock die drei freuen sich voll aha haben wir es noch endlich geschafft gehen wir nochmal hier links aber ich glaube die jungs haben das hier ganz gut im griff soll mich das jetzt beeindrucken ok wir scheinen jetzt nicht die hellste leuchte in der gerd zu sein stellen sich schon nicht alle aber dann können wir sehr schön wie viel hat er noch gleich ist er weg schön sauber abgelegt aber die greifen sich jetzt nicht an oder haben sie sich so vielleicht aus Versehen gegenseitig angegriffen oder und haben worden denn feindlich aber von hier komme ich doch jetzt irgendwie oder komme ich jetzt vielleicht gleich ne wenn ich Sprung gelernt habe könnte ich doch vielleicht hier hoch springen oder dank das oder geht Sprung nur nach vorne das weiß ich gar nicht genau au 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 der hat uns ganz gut getroffen das war jetzt nicht so schön aber bestimmt können wir hier gleich mal uns irgendwie ein bisschen hinlegen ach scheiße wir haben kein heiltrank hat sie nicht noch regeneration nein sie hat auch keine regeneration mehr drauf heiße wir mixen einfach mal orange ach ne das kann er ja nicht wenn er tot ist bei ihr geht das bestimmt in die Hose ne jetzt mal so eine leere Flasche wäre halt schon ganz cool nur die Ruhe ich mache das nicht so gut äh ich hätte doch gespeichert ne das war doch der ja spitze sagt er ja top oder nicht aber ich konnte doch gerade ihn auch die ganze Zeit ah guck mal der ist noch häufig hängt es gegen eins jetzt komm her wir gehen nach Fahrkampf sie haut auch mit drauf und zwar den ich finde das habe ich doch jetzt hier ne ist doch spitze jetzt jetzt hätte nur noch gefehlt dass ich jetzt dass ich im Schlaf überrascht werde ich wollte noch schreiben das Archimie-Blind-Mission nie gut endet ja das dachte ich mehr deswegen habe ich mir lieber ausgespeichert hehehe sooo ok mit dem mal wieder machen wir schön die Schwächung weg äh mit Regeneration ich weiss nicht genau was was da draussen erpadet deswegen mache ich mal lieber auf alle Regenerationen hoch hatte er das nicht schon? er hatte das schon wenn du zwei weiße mischen wirst ich glaube ich sogar vernichtet nicht nur getötet oha ok das ist nicht so ein Alchemie-Trank so der irgendwie alle die alle können so dass man zumindest mal eine leere Flasche bekommt körperressistenz immer hasse körperressistenz weiss ich nicht so gut wie neu da passt nichts mehr rein ach ich kann auch nicht alles da passt nichts mehr rein wem soll das denn nützen dir nicht meinst jetzt ein Trank mit körperressistenz oder ich bin schon gerade noch so gut wie neu keinen platz mehr einfarbige können alle als Regenerationen einfarbige habe ich nicht gerade einfarbige gemixt voll ding ach ne ich habe ja keine Explosion und wenn wir jetzt mal die mischen wunderbar haben wir hier furcht verjagen jetzt habe ich zumindest mal eine leere packen damals weg schild roten rein ähm jetzt habe ich auch ein bisschen die Orientierung ab so wieder wie kam ich jetzt zu dem Ausgang das war doch der da unten hier links jetzt links und dann rechts und dann die und das muss ich mir vielleicht mal merken bis nächstes mal aber hoffen wir mal dass es kein nächstes mal gibt ach ja zweifarbige experte weiß meister schwarz ah ok großmeister alles klar ja großmeister ja großmeister oh die die Viecher meinst du ne das machen wir nochmal neu ist da jetzt ein bisschen besser ein bisschen besser vielleicht und zwar Regeneration haben alle dann machen wir auf alle Waffen Feuerstrahl äh Feuerstrahl ach du hast warum hast du denn keinen so du musst jetzt noch einmal brennen naja gut Abfahrt legt euch mal hin ein ein lord dabei good luck easy machen wir überall schön das rauf ok deren Waffen müssen ja eigentlich nicht rauf ich glaub nicht dass wir auf Distanz kommen dann machen wir ähm Mitgliederhelden dann machen wir hier wieder Feuer auf ihre Waffen auf jeden Fall da macht hier Seele ihre Waffen ich brauch mittlerweile ganz schön ganz schutz schutz von ag man weiß ja nicht weiß gar nicht ob da irgendwas passiert knüppel der so schnell wie möglich knüppel den so schnell wie möglich nieder ok versuche ich ist ja manchmal recht schwer weil er dann sich nach hinten verzieht und dann musst du erst auf die anderen raufhauen und das ist immer nicht so einfach mal da auf den hier aber machen da nicht meine zwei Einhänder Waffen mehr schaden als der da mit Erzzauber äh kämpfe ich ja gar nicht so wirklich weinst du nicht wohin dass ich die austauschen soll vielleicht haben wir auch aneinander vorbeigeredet das kann auch sein ich glaub wir sind jetzt noch aus der Axt was ist was ist wenn sonst eh ich muss nur in den Zauber rein magisches Auge haa steinhaut ginge noch habe Steinhaut nicht Das war Stein zu Fleisch, ja. Steinhardt habe ich leider nicht. Ich hätte noch Schild, aber das ist ja auch nur für Fernwaffen. Hier habe ich auch nichts mehr. Nee. Glaube, dann habe ich alles. Ah, hier, Bewahrung könnten wir nochmal reinmachen. Das ist nochmal wichtig, denke ich. Und immer Rinder. Kann ich nicht jetzt auch stoppen? Rinder reingehen? Nein. Böh, wonach riecht es denn hier? Trinkt nichts hier, Bewahrung. Schade, schade, schade. Ähm. Oh, was machen wir denn jetzt? Machen. Also das sind nicht die Dicken, ne? Dahinter ist, glaube ich, noch einer. Dann ist das Gold. Fehlt da noch einer, oder nicht? Der Lord ist weg, ja, meine ich doch. Machen wir aber trotzdem volle Lorde mit. Dem noch ein bisschen drauf. Mach den mal als Standard. Na klar. Oh, da sind die dagegen immun, weil das Erdmagie ist. Weißt du, das ist gerade aus der Steakleif, sind die erdimmun? Dass das so eine Bodenviecher sind oder so? Sonst könnten wir ja mal schön die Klinge raufhauen. Die macht immer ganz gut Schaden. Weißt du nicht, okay, dann versuchen wir das einfach mal. Nö, 31 Schaden, das war gut. Jetzt, der hier schmühen, den raufhauen. Äh, auch 31 Schaden, das war sogar. Der macht auf Nara Schadenbaten 44, sehr schön. Dann kann sie eigentlich auch mal ein... einnehmen. Nimm wir da. Ne, der begeistert wäre ganz schlecht. Dann nehmen wir natürlich den... Standard. Soll mich das jetzt beeindrucken? Dann hauen wir doch ganz gut weg, würde ich sagen. Also die uns auch. Ja, den Verswecker haben mit einem Schlag gefühlt. Wie viel macht sie mit ihrem Speer? 44 Schaden, da... Boah. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie mit ihrem Speer so viel Schaden macht. Alle recht viel, ne? Ihren normalen Waffen. Wie ich jetzt gar nicht so vermute, braucht man gar nicht, wenn wir den Zauber nehmen. Aber die Zauber treffen immer zu 100% so gut wie, ne? Oh. Die könnten einen auch gut aus dem Leben hauen, vielleicht. Das ist zwar nur ein Kratzer. Oh, hab ich den noch schafft? Kann mir mal jemand helfen? Au! Bin ich von hinten noch... Was bist du denn? Okay. So, jetzt spieg ich mich wieder rauf. Oh, mein Heunhauken jetzt. Ja, ich zieh. Lass ihn doch schnell wegmachen. In das Auge. Mach ich irgendwie nicht so viel Schaden. Ich mach auch nahe. Ah. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Sollten wir aber auch schnell umhauen können. Soll mich das jetzt beeilen? So, heilen. Nur ein Kratzer. Gut, 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 gut. Die haben wir doch ganz gut weggemacht. Vor allem hab ich immer das Gefühl, dass der Anfangsbereich... Wem soll das denn nützen? ... auch der schwerste ist. Geschliffenes Schwert. Aha. Obwohl das Langschwert alt aussieht, ist eine Schneide ungewöhnlich scharf. Möglicherweise wurde sie bei ihrer Herrschung verzaubert. Wir werden da auch richtig schweilern. Das ist so ein Auge, ja. Äh, wir können uns ja mal schnell nachwaffen. Was immer fehlt. Regener... Warum ist denn Regeneration weg? Das hab ich doch überall rauf gemacht, oder wie ich... Machen wir das mal wieder rauf. ... und noch auf unseren Anführer, der ehrsinnig ist. Das ist immer sehr... ... sehr skladisch, wenn der Anführer ehrsinnig ist. Drei Stück. Gute Kahl. Au! Boah. Regeneration ist jetzt aber auch ein bisschen krass, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Gellet haut echt gut Schaden rein. Unerträglicher... Schmerz! Ah, hab ich schon mal einen gleich weg? Nein, jetzt ist der wieder nach hinten gekommen. Oh, aber der ist zumindest jetzt gleich weg. Haut den Magier nicht um, bitte. Das ist halt echt gut, wie viel Nahkampfschaden ich mache. Fast mit einer Runde wird weglaufen. Eigentlich ist es egal. Du musst ein bisschen aufpassen, weil sie manchmal gut kritschern hat. Aber ein Fieschack ist, glaub ich, recht gut weg. Ich bin unglaublich. Und das magische Augenball hat mir auch nicht gebraucht. Was gibt mir die auf dem Sack? Die macht, glaub ich, 3d plus 20 Schaden. Äh... Wer... wer macht das? Die Waffen meinst du, oder was? Ne. Oder der Speer. Ach so, die Lords. Oha. Segen ist noch drauf. Bewahrung ist noch drauf. Regeneration ist noch drauf. Heldentum ist auch noch am Start. Die Minutauern. Ja, okay. Ja, aber es geht ja auch noch vom Ding her, oder? Na, wohl. Na, die können schon ganz gut reinhauen, da. Wenn wir den falschen zweimal treffen, und da Dreierkumpel oder so, kann das schon tödlich enden. Hallo, ich komme in Frieden. Au. Au. So, oh. Oh, da, 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 da. Nur ein Kerl. Stöh, kann man die herausbacken. Da Augen nerven ja, ne? Dann lieber die Mönigauern da. Klein plus 20, Mittel plus 40, Großen plus 60, Park. Warum schläfst du denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Äh, hatte sie jetzt als einzige Erwachen? Nein. Steht auf. Nicht schlafen. Hier komme ich, ne? Alter, wir ballern. Da. Schauen wir mal, dass der hier nicht mehr ankommt bei mir. Oder kann er da über die Brücke nicht rüber? Kann er nicht rüber, okay? Easy going. Easy win. Da. Oh, da kommt noch einer. Ich muss nur mal, dass der auch hier nicht noch ankommt. Zwei sogar. Ich bin so kürzlich gefunden. Auf jeden. Ich hole jetzt die ganze, äh, Höhle hierher und dann mache ich sie nur hier an der Brücke. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht nur da an der Kante nicht rüberkommen. Hier kann ich mir das vorstellen. Ich schau noch das Auge da. Ich schau noch das Auge da.